Wir sind auf dem Hauptstadtkongress 2016 und sprechen mit Dr. Peter Müller, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheit über das jetzt in englischer Sprache erschienene Buch The German Healthcare System. Herzlich willkommen. Herr Dr. Müller, ein Buch über das deutsche Gesundheitssystem in englischer Sprache. Wie ist die Idee dazu entstanden? Die Idee entstand aus mehreren Quellen. Freunde, Kollegen, ich selbst haben oft die Erfahrung gemacht, dass Leute, die von außerhalb, vom Ausland auf Deutschland gucken, das deutsche Gesundheitswesen mit seinen traditionellen Strukturen, mit seinen Regulationsapparaten nicht verstehen. Ich habe selbst gesehen, wie Firmen, die mit viel Investment nach Deutschland gekommen sind, in den Gesundheitsmarkt gescheitert sind, weil wesentliche, ungewöhnliche und nicht rationale Spielregeln nicht beachtet wurden. Und das muss eigentlich nicht sein. Sie sprechen ja schon so ein bisschen die Zielgruppen an. Wäre mal eine nächste Frage. An welche Zielgruppen haben Sie gedacht, als Sie mit Ihren Mitherausgebern in die Planung gegangen sind für dieses Buch? Also das Buch ist konzipiert für Leute, die Deutschland noch nicht kennen, die vom Ausland, Asien, Afrika, USA auf den deutschen Markt gucken und eventuell Interesse haben, sich auf dem deutschen Markt zu betätigen. Der Untertitel heißt ja Accessing the German Healthcare Market. Das heißt, es geht um Unternehmen, Medizintechnik, Pharma. Was meinen Sie, wo passt es am besten? Also erstmal vordergründig jeder, der sich für den deutschen Gesundheitsmarkt interessiert. Wie er funktioniert, warum er so funktioniert, wo Dinge herkommen, wer die zuständigen Stellen sind. Wie funktioniert die Refinanzierung? Denn auch Gesundheit funktioniert nicht ohne eine Refinanzierung. In dem Buch werden ja auch einige Dinge durchaus kritisch betrachtet, zum Beispiel die elektronische Gesundheitskarte. Geht es darum zu zeigen, wie man es nicht machen sollte? Nein, natürlich gibt es Dinge, die nicht hinreichend funktionieren. Elektronische Gesundheitskarte ist über Jahre verzögert, Jahre verzögert. Wenn man aber in den Markt hinein will, dann muss man sehen, wo sind Opportunities, wo sind Marktchancen. Und Marktchancen ist da, wo man etwas Besseres bieten kann, als das, was bisher da ist. Wenn man sich die Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich anschaut, von wem kann das deutsche System da am meisten lernen und umgekehrt? Oh, das ist eine vielschichtige Frage. Welche Gesundheitssysteme von welchen Nationalstaaten voneinander lernen können? Ganz pauschal, viele können von vielen lernen. Ich habe mit großem Erstaunen übrigens festgestellt, dass Kollegen in den USA, wo ja zum Beispiel Obamacare mit dieser ideologischen Wut bekämpft wurde, dennoch mit Hochachtung und Respekt auf das deutsche Sozialversicherungssystem gucken und dessen Vorzüge. Also es ist nicht alles schlecht. Wo Deutschland lernen kann, braucht man gar nicht so weit zu schauen. Wir können extrem viel lernen aus den nordischen Ländern, Skandinavien, Estland, sehr, sehr viel an Fortschritten, an Nutzung von Digitalisierung, an Wertschöpfung, an Minderung von Schmerzen, Minderung von Gefahren. Lernen sehr viel, auch in der Nähe. Sie sprechen die Digitalisierung an. Ist das ein Feld, wo die Deutschen eher weit hinten sind, wo das deutsche System eher weit hinten ist? Also das deutsche Gesundheitswesen ist in der Modernisierung, das schließt die Digitalisierung ein, zehn Jahre hinter dem Stand der Dinge zurück. Das ist tragisch, das ist eine tragische Bilanz, denn über zehn Jahre wurden Werte nicht erreicht. Ich meine nicht nur Geld, nicht nur Effizienz, sondern auch Linderung von Leid und Schmerz, die nicht erreicht wurde wegen ausbleibender oder verzögerter Modernisierung. Es geht da vor allem um Prozesse und sowas. Es geht wahrscheinlich weniger um die Medizin an sich, sondern es geht eher um die Prozesse drumherum, die die Medizin ermöglichen. Die Prozesse drumherum, die Medizin möglich machen, Medizinmanagement, Digitalisierung, die nicht vorhandenen Schnittstellen, die wirklich extrem mangelhafte Interoperabilität, die Nichtkommunikation zwischen den Sektoren ist so weit zurück, dass es schändlich ist. Okay. Das ist eine klare Aussage und eine deutliche Aufforderung, auch an die entsprechenden Akteure da voranzugehen und zu zeigen, dass man es auch besser kann. Solche Defizite bringen eben auch immer Marktschancen für die, die die Dinge nach vorne treiben. Das ist das Gute im Schlechten. Und genau da ist natürlich auch die Idee, vielleicht kommt der eine oder andere her und ihm wird durch dieses Buch geholfen, die Chancen hier auch zu nutzen. Dann hätten wir was bewirkt, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.